Ja, ich freue mich richtig, euch wiederzusehen, denn ihr könnt euch demnächst mit mir auf die sogenannten Freitagsschnipsel freuen. Was Freitagsschnipsel sind, ihr dürft es raten. Nein, ich werde es euch erzählen. Freitags werde ich auf YouTube oder hier auf Instagram euch bestimmte Schnitzel, Schnipsel, was auch immer, kleine Häppchen zur Verfügung stellen, mit denen ihr erfahrt, wie ihr eure betrieblichen Abläufe optimieren könnt. Dabei ist es vollkommen egal, ob ihr Unternehmer seid, Einzelunternehmer oder Kleinstunternehmer. Hauptsache, ihr tut etwas, nämlich eure Betriebe zu optimieren. Und meinen Erfahrungsschatz aus den letzten 35 Jahren werde ich dazu nutzen, euch kleine Schnipsel, keine Schnitzel, aber kleine Häppchen zur Verfügung zu stellen, damit ihr etwas weiter und schneller vorankommt und damit eure Unternehmen optimiert.